Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha! Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast hundert. Bis später, Wiesemir. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht. Mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter O'Dimm. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten. Mitten in der Nacht. Schwarz-Weiß, Stachelbeeren und... Ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten. Und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Ja? Was ist denn, Wolf? Bis später, Wesemir. Ja. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Hat er mir getan? Dann ist ja gut. Nein, Gott. Gott ist ja gut. Mutant, was willst du? Oh! Schau mich nicht so an! So ein Mist. Willkommen am Arsch Neweck. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Waren ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Welche Sprecher die Hälfte? Wie sieht das? Wie sieht das? Die Zeit guckt. Amen. Amen. Pass auf dich auf. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Kleine Hure. Ich mag dich nicht, Weißer. Luir in Herzer. Ich behalte dich im Auge, Nordling. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Sprich mit dem Kommandanten. Tritt zurück. Ich verwehe die Linie. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Sprich mit dem Kommandanten. Ein echter Wedding. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Der Wind heult. Ich behalte dich im Auge, Nordling. Ich behalte dich im Auge, Nordling. Der Wader wegs nach Novigrad. Und das ist ein rabb quilt, als Sk Nasıl. Das bringt mir dasлюд, die Frau. Und das ist ein Problem. Ich wenn uns in der Küche entstehen würde. Das ist ein schönes Stück. Vielleicht ganz schönes Stück. Sch rowt nähe mir eine München. Die scrappe schwarz stirbt. Äéner �lang ist unsere carbide. Musik Heute gibt es ordentliche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht gut! 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 Die Wälderjagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Tauf auf den Furtblasen im Wasser. Was liebst du? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja? Suchst du Ärger? Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sark-Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Aus dem Weg. Wir müssen ein Teil eurer Ernte wegführen. Ja, ja. Ja, Exzellenz. Losung? Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Falschen? Kannst du das auch? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wir alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos. Bist du hier, um was zu kaufen? Zeig mir deine Waren. Bist du hier, um was zu kaufen? Bist du hier, um was zu kaufen? Bist du hier, um was zu kaufen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgader zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Fritz, viel Glück! Jacka und dunkle Musik! Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Schau mich nicht so an! Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein Großer. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ich glaube, diese Kleinen müssen meinen Nadelviertel schreien. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunken. Aber er ist entkommen. Die Spur führt wieder ins Dorf. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Spuren von ertrunkenem Klauen. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern. Für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Habe schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Ich bin hier. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu, Brei. Ganz ruhig, komm jetzt. Ich muss mich entschuldigen. Ich gebe mich entschuldigen. Suchst du Ärger? Heute habe ich ein Stück Boot bekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin es nicht, ich muss mich entschuldigen. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorf Pyromaner höchstpersönlich. Nab, du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir. Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich hab die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Armboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Was brauchst du deine Frage? � Leb wohl. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort, das muss ein Ort der Macht sein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl, Gottfried. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wälzt? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein sieben Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ja? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja. Meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Äh. Shish. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Hm. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Leb wohl. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen. Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Ja? Erzähl mir etwas von dir. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der... Ob ich den kenne? Dann haben wir... Da war ein... Nenneke. Erzähl mir... Die ist... Ob ich den... Dann haben wir... Da war ein... Nenneke. Leb wohl. Oh, oder? Okay. Okay. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Zu spät. Noch ein Angriff. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche. Ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykantropie ist, kann ich helfen. Was? Lykantropie. Wehrwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch. Der... Florian, der Sohn des Herrn und ich, liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Komm. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt weit man's heil. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. Zehn, zwölf Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromen. Herr Schaft, dichte Fahne, Chat. fucking Untertitelung des ZDF, 2020 Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Verbrannt. 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 Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Nee, nee. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Leiche, das erklärt den Gestank. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Monokel mit Sprung. Interessant. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tintemachen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch laserlich. Vorółografen. Spannende. Spannende. Vielen Dank. 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 Alles wird... Ein Tagebuch... könnte hilfreich... ... 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 Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alp. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Gut, dann ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Meister, bitte trödeln nicht. Der Kleinen geht es schlechter. Sie hat Fieber. Ohnmachtsanfälle. Ihr geht es schlecht, Meister. Sehr schlecht. Verflucht. Hallöchen. Seltsam. Keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites, beckenschmaler Kiefer. Eine Frau. Rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Breites, beckenschmaler Kiefer. Hat sie das Armband? Ohnmachtsanfiseen. Geist hookene Musik. Da, du er tryingst dich also an. Rohkröte, Theo Barschai. Hat sie da. Das sind die Tetsen % 4 sind geifornische Gewerbewerbs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie ist geflohen, aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten, muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken Und das Armband Hey, ich glaube, es hat geklappt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten, muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, ich glaube, es hat geklappt. Sie ist fort, für immer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Grüß dich! Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. 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 Lass mich einen traversieren, lass mich nie aus. Lass mich einen Blick auf dassen wir enden wollen. was du suchst. Sieh's dir an. 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 Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Sieh's dir an. 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 Leb wohl! Meine Großmutter hat mir vom Schmiedeljungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Und so haben wir die Lothar mit uns. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Das war's für heute. 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 Langsam. Das war's für heute. 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 Ich sollte für Temerien töten, Rosin für Nilfgaard. Uns gegenseitig. Aber wir sind weggelaufen. Hör mal, ich kann nicht laufen und Rosin wird von den Schwarzen wegen Fahnenflucht gehängt. Könntest du meinen Bruder aufsuchen und ihm sagen, dass ich am Leben bin? Sein Name ist Dune. Er könnte einen Hund bei sich haben, der sich Husar nennt. Und ich bitte dich, ohne deine Hilfe werden wir hier verrotten. Mal sehen, was ich tun kann. Wasst bin ich? Das war's für heute. Ein Gulenest. Ich muss es zerstören. Das war's für heute. 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 Hey. Das war's für heute. Mama. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. Ich weiß. Das war's für heute. 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 Ein Fluss. Der Wind steht gut. Das war's für heute. Er ist für heute. Ein Hexer mit einer Armbrust. Das war's für heute. Das war's für heute. Vorsicht. Sturzflug. Ach, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt. bis an, bis an sein, soll, bis an sein,Cloud tout... bis an sein, Licht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Magie, ein Ort der Macht Oha, let's see Hey Oha, let's see Oha, let's see Bewege dich Schneller Los, los Lauf, Plätze Oha, let's see Was zum Teufel ist das? Roggen Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben Das, äh, das wusste ich nicht Für blöd also Verdammt, ihr lernt es nie Militärkodex, Artikel 2, Abschnitt 3 Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knotenhiebe So soll es sein Nein, bei den Göttern, nein! Nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen Das war keine Maske Ich habe die Hand ausgestreckt Diese Leute haben drauf gespuckt Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ha! Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden Sag mir, was du hier willst Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt Vor meiner Nase Das hättest du gleich sagen können Ja, hätte ich Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet Wie du mir? Halt! Wir sind noch nicht fertig Dieses Gold gehört dir Damit du nicht sagst Du wärst unzureichend entlohnt worden Yeah! Ja! 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 Ah! So pocket so Mit dir ist es ального Aufhören! Bitte, aufhören! Gnade, aufhören! 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 Man, das hier tut mir ein Sekunde, der Clou. Eben, sab am eh. Entsab? Gnade! Gnade, aufhören! Ah! Leg leeren Scheiß! Eben, in der rechts. Willst du spionieren oder feilschen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Eben, im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Doch, rein! Oh, nein! Sie reden morgen darüber in Ordnung, nach der Audienz. Doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom elfgardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Hm, das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Kledwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Vorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort, unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten. Einem Arjan. Voltest hat befohlen, den Weg freizumachen. Der Junge stand im Weg. Den Erben der Lavalettes niederzumachen. Das hat dich nicht beeindruckt? Natürlich nicht. Was kann ein Baron einem Königsmörder schon bedeuten? Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Lok Muin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Sie war eher eine alte Bekannte. Nicht so nah, dass ich sie betrauert hätte. Nah genug, dass ich weiß, dass sie es verdient hatte. Er glaubt, er allein wüsste, was gut und was böse ist. Und das gäbe ihm das Recht, Gerechtigkeit zu wirken. So hat dein Kollege Leto von Guleta dich beschrieben. Recht präzise, würde ich sagen. Mein Kollege, euer Agent. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Schwarz, schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Schwarz, schwarz, schwarz zu schwarz. Ich würde mich verschwingen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tarn des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Herzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht heilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Eure Majestät reicht aus. Eure Majestät reicht aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Welen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir. Gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Ich werde auf dich warten. Die Narbe ist gut verheilt. Ich werde auf dich warten. Weil ich es spielte. Zum Sch Marie geht' halt. Ich werde auf dich warten, ich werde auf dich warten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln Sie betrauern, sie betrauern, sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovit an. So stand uns im Frühling, statt zwei schwachen Gegnern ein starker Gegenüber. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovit ist unser Feind? Dann wird Kaiser M. Wie üblich. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee, namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym, blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovit ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Nesse Yondre, Neknike. Oh, wie ein Kerl, der es steht für den Adern in Kahn at Morvut. Schon von der Friereck-Gigade gehört? Hm? Ich will Karten spielen. Ich will Karten. Ich will Karten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich suche einen Mann, nennt sich Hendrik Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken Du musst verschwinden Zur Hintertür raus Wir kriegen Gesellschaft Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapfer Krieger Hat zwei Schwerter Hey, Grauhaar Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold So einfach ist es Ich trinke nicht mit Fremden Wir trinken eine Runde zusammen Dann sind wir keine Fremden mehr Anschließend geht jeder seiner Wege Und welcher wird deiner sein? Sehe ich das nur so Oder geht dich das einen Scheißtrick an? Ich habe mich wohl verhört Passt denn nicht Er hat dich beleidigt Dann muss ich ihn wohl töten Töte die Macht die Kalle Das ist nicht dein Tag Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf Er wird es niederreißen Bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war Er hat eine eiserne Faust Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen Beruhige dich Euer Baron ist kein Trottel Er wird wohl kaum glauben Ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde Noch nie davon gehört Auf der anderen Seite des Hügels Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht Wer weiß Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ Kam grundlos aus dem Nichts Machte sich an eine Witwe heran Deren Mann für einen Leib Brot niedergestochen wurde Die Männer des Barons mögen keine Fremden Ja und er ging ihnen immer aus dem Weg So als wüsste er stets wann sie kommen Er ist dann immer verschwunden Danke Nimm den Hinterausgang Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf Kein Grund sich um mich zu sorgen Besser du machst keinen Ärger mehr Ist besser für dich und für mich Sei gegrüßt Etwas zu trinken wäre recht Zeig mal was du hast Dann geht's dir nicht nur noch 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 nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Danke, leb wohl. ZDF, 2020 Ein Hexer? Und keinen Moment zu früh. ZDF, 2020 Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich könnte mich der Sache annehmen, wenn du mehr zahlst. Das ist ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen zu viel. Das Leben meines Bruders steht auf dem Spiel. Da kann ich nicht knausern. Top! Na schön. Ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen ist. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen ist. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen ist. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen ist. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Wind heult Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller und der Nebel Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Verdammt! Verdammt! Das Gesicht ist verbrannt, kaum zu erkennen. Das Gesicht ist verbrannt, kaum zu erkennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken über allem. Hendrik schrie. Man flehte, er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Mit der Schreie geht. Das ist noch nicht immer so. Masch, wenn du siehst. Ich bin der Schreie ist. Schreie ist noch nicht fertig. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Sarsenjärn. Deine Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Interessant Ein Bestandsbuch, Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novikrat gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis. Der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. 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 Gerald und Jennifer waren wieder vereint und Gerald war zufrieden. Doch der Hexe erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cirialla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Geheiß Yennefers 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.